Was ist das? Lieber Juli. Beyoncé oder Rihanna? Rihanna. Warum? Das ist geilere Musik. Würdest du dich lieber beamen oder fliegen? Beamen. Sicher beamen. Ja, warum dann? Also Bahama-Bahama. So, für den Nachmittag im Abenddrehen. Wäre schön, he? Beschreibe mich mit einem Wort. Rotte ihn. Okay, ganz gut. Wer aus dem Team ist am schnellsten? Ja, ich glaube, das ist mein Bruder. Er ist auch genannt Staubsauger. Was ist deine größte Angst? Angst? Aufschlag Nummer 13. Das trifft schon ganz gut an Mama. Aber, ja, dass ich den Freeball vom Aufschlag Nummer 13 angehe, in die Hand baggert, ist eigentlich die Angst davor. Wer aus der Mannschaft kommt immer zu spät? Ja, bis jetzt haben wir zwei da auch gut vorgelegt. Ja, das stimmt. Aber, ja, Familie Kajic ist normalerweise sowas ganz weit vorne. Kajic ist sogar eine gute Nummer, weißt du sagen. Juli. Wo siehst du dich in 30 Jahren? 30 Jahren. Auf der Couch. Mit einem schönen Bierchen. Und hoffentlich mit einem genauso schönen Adventskranz wie hier. Was ist deine Lieblings-Eiscreme? Schokolade. Warum? Klassik. 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 Klassik Schokolade. Welcher Spieler springt am höchsten? Ja, also, wenn ich halt mal angreifen, ist das natürlich klar ich. Aber, ja, sonst springe ich, dass der Moritz ja ein guter Kandidat ist. Gute Konkurrenz von Georg Eschreiner. Ja, absolut. Welches Buch liest du denn gerade? Warte mal. Ich lese gerade das Kartell von Doc Winslow. Aha. Ja. Aber ich lese das auch schon seit einem Jahr. Alles klar. Hast du mal dein letzter Online-Ankauf? Letzter Online-Ankauf? Eine Navi-Halterung für mal einen Aufregel. Wer wäre der bessere Trainer? Du oder ich? Ja, safe ich. Ich würde im Angriff einiges verändern. Ach, was würdest du denn verändern? Ja, was würdest du denn verändern? Weil nur noch hartschlagen ist halt auch nichts. Alles klar. Battle Time. 90 Sekunden und ganzer Körper, oder? Okay. Ganzer Körper? Ja. Dann brauche ich zwei Blätter bei dir. Ja. Das ist ja ein schlechter Six-Pack. Dammit. Ich brauche noch Blätter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach. Ja, keine Ahnung. Ich hab ja wohl dickere Arme. Eija. Juli. Guck dir das mal an. Ich hab dir extra Brüste gemacht, weil du jetzt 42,5 drücken kannst. Oh, yes. Ja. Was ist das? Ich hab's versucht. Ja, das sieht schön aus. Ja. 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 Jetzt. Ja. Ja.